ZWEIKAMF SOFA ZWEIKAMF SOFA Wir spielen zusammen Herzlich Willkommen zum ZWEIKAMF SOFA Wir sind in Far Cry 3 Smirke ist schon wild dabei Wir werden auch gleich beschossen Wir sind mittendrin Die Action vom letzten Mal Wer sie verpasst hat in der Folge davor Und es geht gleich weiter Wir haben hier richtig Spaß mit den Leuten Die uns aus irgendwelchen Gründen gar nicht mögen Wir haben ihnen eigentlich nichts getan Aber Sie mögen uns nicht Vielleicht riechen wir streng Oder sehen einfach anders aus Wir wollen eigentlich nur von der Insel flüchten Und dazu brauchen wir bedarf es Die ganze Auslösung von 5000 Leuten Ich hab auch einen Tipp für euch Falls ihr irgendwann jemandem begegnen sollt Rotes Basecap Rotes Tuch vorm Mund Der ist echt böse Wir haben alle das gleiche Outfit Um sich damit zu outen Also ich bin böse Bitte schieß auch nicht Ich besser mich Ich besser mich Bitte nur mit Zoom verbrauchen Gebrauchen Und Zoom verbrauchen tue ich auch Warum wirft ihr das Ding mit? Ich hab meine Handgabe Ich hab mich nicht geworfen Du kannst die Handgabe aufwärmen Ankochen heißt das genau Ankochen? Ja, ich guck jetzt unbedingt in Medition Wo war diese Scheißkiste? Ganz hinten irgendwo Äh Irgendwo hier nackt reinrennen Weil meine Dickung der Waffe ist ein Raketenwerfer Ich würd mich vorher auch nicht aussehen an deiner Stelle Bitte nicht Da, hab sie Ist da in der Nähe vom Steinblut Wo wir gerade waren Gern Kann auch so schön slide Kann auch so schön slide Ist aber keiner mehr Äh Das ist der hier Zurück 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 Und da Links Da ist der Kist Ich geh da schon mal vor Ich mach das mal im Alleingang hier Ja, ich warte dann mal Hier ist die Spitze Achso Ist ja nichts mehr Alle gehen ja kaputt Ja Und die haben alle gespawnt Hier ist auch eine Kiste mit Spritzen Eine Kiste mit Spritzen Eine Spritzenkiste Eine Art Spritzenkiste Es ist keine Spitzenkiste Sondern eine Spritzenkiste Ha Wortspielwitz der Extraklasse Wer das sehen will Muss zum Zweikampfhof Dann hast du eigentlich Die GmbH gesehen Und die Pointe lassen Was ähnliches Ich sehe viele gelbe Punkte Aber nicht auf den Milchschirmen Äh Die sind dicken Mops Ich fahre mal runter Mach den damals hin Ob der ist doch nichts Wenn wir mal schauen So Hier ist der Arsch Nein Du grenst darum Wenn du am Arsch wärst Bist du am Arsch Guck nicht in meine Richtung Guck in die andere Richtung Nein Ich brauch nur Die Schmiede? Die Haare Handgranaten Du hast eine Bazooka dabei Mhm Ich habe zwei Handgranaten Wenn ich Voll Irgendwas hat man auf mich geschossen Noch was? Hast du schon wieder Freunde gefunden? Hä? Hm Hier steht so ein Turret Was ist denn los? Hallo Hallo Okay Was schießt denn jetzt mal auf mich? Was schießt denn jetzt mal auf mich? Die Leute die allmählich auf dich zukommen Hier ist keiner Ich bin tot Ich habe einen schon gekillt Also Oh nein Ich bin tot Nein Da ist nicht Ich bin tot Oh oder So Ich bin tot Ich sehe aber wieder einen gelben Punkt. Du wolltest ihn haben. Jetzt sehe ich ihn auch auf den Bildschirm. Hast du Spaß? Ja, ja, ich mache einen Nahkampf-Mumpf. Der gemeingefährliche Nahkampf-Mumpf. Der gemeine... genau, da... ach, da muss ich ihn ja immer stecken. Finde und lege einen Sprengsatz am Tor. Hohoho! Finde? Finde, halte zum Interagieren. Ich möchte, dass in der Realität die Türen auch immer so gelb räuschten. Das möchte ich wohl füllen. Yes, das ist genau unser Ding nun. Soll ich dir direkt davor stehen bleiben? Nein. Fünf, vier, drei... Ach, herrlich! Oh! Finkabon! 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 Meine Hand kann aber das auch leider zugekommen. Ey, ich hab... Ja! Aaaaaaah! Ey, immer wenn ich Y-Zigam drücke zum Heil, fällt der Typ dumm. Der ist... Er hat eine Spritzen-Aversion, der Typ oder so. Ganz ehrlich. Ist jetzt schon klar, das ist... Ein bisschen doof, jetzt in die Hand zu kommen. Da ist einer mit einem Fangwerfer! Der war doch schon ziemlich da und fällt jetzt nicht so an. Er geht durch mich durch! Er steht in mir! Er steht in mir! Nein! Nein! Ich hab dich wieder... Ich... also... Ich hab dich geheilen... Heilen worden, bin dann überall draufgegangen. Diesmal wieder mal eine Folge. So sollte man es nicht machen. Alter! Müssen wir den Schrieker senken, oder was? Das ist doch wie Kinder hier, oder was? Wo sind wir? Ich steh in dir drin. Du stehst auf mir, in mir. Wo bin ich? Wer bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ich finde... Wir sind irgendwie durch die Hülle durch. Aber ich hab den Dicken Bob gekillt. Und dann bin ich irgendwie mit draufgegangen. Und dann war schon das Schreckste... Du hast den Dicken Bob gekillt! Der Dicken Bob! Wusstest du gar nicht, dass der Bob presst! Der Dicke Bob! Der Dicke Bob! Der Dicke Bob! Der Schmein ist in deinem Urlaub! Der Dicke Bob! Da ist unser Motor. Sie wollten ihn wohl mit der Seilwinde bewegen. Starte die Seilwinde um den Motor zu bewegen. Ich hatte den Seilwinde mit dem Motor zu bewegen. Ja, und? Starte die Seilwinde um den Motor zu bewegen? Starte die Seilwinde um den Motor zu bewegen. Kannst du das ganz schnell zu bewegen sagen? Starte die Seilwinde um den Motor zu bewegen. Ich hab wie gesagt, wenn du immer das überwiegestattet sein werden würdest. Nein! Wie du hinwenden oder was? Ja. Aber hast du Ruhm gesehen? Hast du irgendwas gesehen? Ich hab eine Spritze gefunden. Das ist total toll für dich. Eine Spritze. Das ist total toll. Das hast du da ganz toll. Dann bin ich auf meiner Schulter gekommen. Ich hab auch Spritstoff gefunden. Ich hab auch Spritstoff gefunden. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, die ist hier hinten auf der anderen Seite. Die ist hier hinten auf der anderen Seite. Die, 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 die. Da. Das ist ja idyllisch hier wirklich. Ich mach mal den Motor an. Bist du dir sicher? Was ist das? Halten und agieren. Ja, okay. Was macht der jetzt? Vom Teiligen im Motor bis ans Ruhe. Okay, alles klar. Nimmst du die Gettlenker? Nein, die schafft Gettlenker. Vergiss es. Die hat aber zumindest Mut. Die erdärmt sich aber auch. Das ist doof. Ich hör was. Sollen wir still? Ich riech was. Lava, lava, lava. Ich seh nichts. Da. Kommt ein Dicker. Da hinten. Wo ist der? Siehst du den Balken? Kann ich den markieren? Ja, ich sehe den Balken, aber ich sehe nicht. Kann er leider gerade nicht markieren. Motorstatus. Der Motor ist kaputt? Nein, also ja. Der Typ ist hinterm Haus. Lass immer mal näher kommen. Kann ich da überhaupt nicht brauchen. Alter. Wo ist er? Dann ist er wieder. Dann ist er wieder ein Doppelhaus. Granate. Na, hey. Wo bist du? Der zieht sich dahin. Das kann er gar nicht machen. Das kann man immer nähen. Da ist schon fast. Da ist noch mal einer auf der anderen Seite. Wieso ist das denn? Was? Zwei glaube ich. Ne, normaler. 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 Das kann er nicht machen. Das kann er nicht machen. Nein, das ist ein Reloader. Ein fröhliches Reload. Ein fröhliches Reload. So. Haben wir eine Taktik oder so? Nee, ne? Ach, Demo tun wir es mal. Ach so. Als wenn wir jemals irgendwann eine Taktik gehabt hätten. Ja. Ich dachte, wir müssten den Autor da beschützen. Ja, ihr merkt, wir sind von Spielfreude geprägt, aber nicht von Intelligenz. Ganz ehrlich. Mann, 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 Mann. Ja, es ist ja auch immer wieder wahr. Ich stelle das immer wieder fest. Wir haben es nicht drauf. Wir hatten auch noch nix Wände, aber wie ziehe ich ab. Aber jetzt kann ich auch noch mal heilen. Wie der Lust ist das dein, der Junge. Oh. Oh, ich verrenge mir kein Ding. Und so. Ich hab mir grad nicht auf. Ich hab mir grad den, den, den Daumen. So hoch. Das ist gut dein Spiel. Nein, der Typ, das so. Ach, der ist ein bisschen hart. Wir haben es nicht geschafft. Was jetzt? Bei mir. Also. Der Motor war noch heil. Ja, ja, super. Wir sollten den Motor beschützen. Das hat er gemacht. Er war heil. Boah, und das war zwar letztendlich. in der Fresse, ey. Genau was wir suchen. Wir nehmen auf die Seilwände von denen. Starten die Seilwände, um den Motor zu bewegen. Also Sprengstoff ist hier. Ja, wir haben ja Sprengstoff. Und jetzt da. Ja, ich hab ja leider nur zwei Hund vom Ohr nehmen. Motor geht an. Und jetzt ziehen Sie jetzt den Motor hier hin. Wir müssen den Motor da hinten beschützen. Jo. Aber den konnte ich locker heilen. Das war kein, kein großes Problem. Du weißt, ich kann mich auch hinten stellen. Das war jetzt nicht das Thema. Weil da meine Mutter sind wir 80 und 20. Ich weiß nicht. Also letztes Mal kam er von rechts. Als wir das letzte Mal gestorben sind kam er von rechts. Jetzt kommt er natürlich nicht von rechts. Ja, ja, wirklich. Hast du irgendwas überhaupt gedrückt? Passiert irgendwas? Kommt überhaupt irgendwer? Dass das Spiel aufgehangen ist? Wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Es kommt keiner an. Das ist ganz wunderbar. Oh, es hat so einen schönen Nachzieheffekt. Ich drüber rüber und dann mal so. Also so die schnellste Gegner. Oh, ja. Oh. Ja, vorhin war nur so. Die Schütze auch nicht gehen. Da kommt es länger. Ja. Ja. Ja, das muss das gehen. Lass los, lass den. Jetzt ist der Motor kaputt. Das geht zu schnell. Weil der Typ ist neben dem Motorblock stand und der das eingeflamt hat. Es kann einmal Wasser dabei sein? Nein. Es gibt nur Maschinenpistole. Gebt dem Mann einem einmal Wasser. Der ist viel hilfreicher als ein Maschinengewehr. Oh Leute. Ach. Juhu. Eigentlich wollen wir ja nochmal irgendwie 100 Folgen vollkriegen, deswegen spielen wir mal einiges schon. Meine Güte. Da kann man Spaß daran selbst zu quälen. Das ist es. Weil ich weiß auch nicht, wenn ich einen Raketenwerfer rein schicke, neben diesen ... Ich stelle mich jetzt auf den Block. So. Das ist aber schlecht. Dann schießen sie auf dich. Ja. Dann schießen sie auf mich, aber der Block will teilen. Und du überlebst. Ich werde mich opfern für dich. Ich schalte das an, dass du ein bisschen draufkommst, weil der Bootblock sich zerquetscht. Nee, ich fahre mit, siehst du? Ich fahre lustig auf dem Block. Mit Fahrer. Mit Fahrzentral. Jetzt habe ich alles im Blick hier, weil ich auf dem Block sitze. Und das warst hoffentlich nicht du. Das war ich. Alter. Ich stehe gegen mich. Hast du dich erschreckt? Ja. Ja. The first one is down. Enemy down. Das ist ja die erste Römung. War es ein Gegner? Oder eine kleine Roller-Römung? Ich höre Gegner. Ja, hier machen wir mal jemanden. Da. Ja, ist es gestern. The Eagle! Hey, Anda! Hey, Halt! Hey, Halt! Ah, dieser Marrikaner muss nachladen! Halt euch nachladen! Halt euch nachladen! Oh! Die kleinen süßen Drecksäule! Spriches doch einmal mit ganz hoher Stimme! Tut ja was weh! Ich hab mal 57 Schuss, ist das nicht fein? Du läst Munition. Jetzt? Ja, jetzt! Ich muss mir die Augen hier zurück holen. Was hab ich davon da? Ah, die Spielbeinahe. Da ganz hin. Steht den Weg? Ja, da ist einer. Der ganze mit dem Boot. Noch mal so. Da reichen die Boteplatten auf. Ja. Die schmeißen auch einen Gegnerhorn entgegen? Ja. Nein. Ja, das ist ein paar Jahre alt. Ja, das ist ein paar Jahre alt. Ja, das ist ein paar Jahre alt. Boah! Ach, klar... Ja, klar... Ja, klar... Na klar... Du brauchst Motoröl? Wieso? Ja, der gelbe Punkt ist eine Kanne Öl. Und der Wagen ist stehen geblieben, falls es noch nicht aufgefallen ist. Nein! Aber schön, dass du auch so bei der Sache bist. Ich würd gern nachladen, aber dann muss ich immer... Aber jetzt musst du den Motoröl beschützen, ist hier schon klar. Ja, ja, ich versuch diese blöde Kanne hier zu holen. Also wir müssen das beschützen und wir müssen die Kanne nicht aufheben. Und auch jetzt. Kann wohl. Jo, ich bin dabei. Und ich bin wahrscheinlich wieder der schnellste... Nein! Was steht in mir drin so'n Dun, ey? Nicht die Waffe wechseln. Meine Güte! Love Forest Handgranate! Love Forest Love! Das war frei. Ich bin tot. Wo bist du denn? Wieso? Warum? Und wieso? Das hatte ich vorher mal weg dran. Nee, der steht da noch. Du bist... Was warst du da eigentlich? Ist das Loga? Ich fall' immer so rum, ne? Ich fall' immer so rum, ne? Was meins? In der nächsten Folge! Werdet ihr sehen, wie wir es schaffen, oder auch nicht. Wir machen ja Spaß! Ja, alle Folgen könnt ihr hier auf meinem Schild finden. Da. Und es werden eine Menge Folgen werden. Ey, Mann! Und tschüss!